Damit gelangen wir zum neunten Punkt der Tagesordnung. Der Nationalrat tagt heute schon seit gut zwölf Stunden. Jetzt geht es um den neunten Punkt der heutigen Tagesordnung. Beschlossen werden sollen ein Energieinfrastrukturgesetz sowie Änderungen im Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz und im Energiekontrollgesetz. Hintergrund des Pakets ist die EU-Verordnung betreffend Leitlinien für die transeuropäische Energieinfrastruktur, die sich der schnelleren Durchsetzung des Ausbaus der europäischen Energieinfrastruktur widmet.